Fünf Arten von VARO-Spielern Der Planer Hey Leute, herzlich willkommen zum Start von VARO 4 Ich bin zusammen mit meinem Teammate Und wir haben schon einen fetten Plan, erzähl mal unseren Plan schnell Ok, warte ganz kurz, rausfahren und lauf, 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 lauf Ok, Freunde, wir brauchen folgendes Oh Gott, vier unverarbeitetes Holz müssen wir uns sofort suchen Wir brauchen ein Nieder, wir brauchen drei Zucker Wir brauchen 18 Fleisch, 48 Eisen, 12 Kohle, 44 Cobblestone, 4 Äpfel, 36 Gold und 5 Dias Alles aufgeschrieben? Easy, das kriegen wir alles Wir fangen an mit dem Holz, oder? Ok, los geht's Ok, komm mit Lass gleich darüber gehen Oh, welcher trotzdem in der ersten Runde stirbt Oh nein Die Pro-Gamer Hey Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge VARO 4 Moin Irgendwie bisschen langweilig, oder? Ja, easy Ist ja eh schon klar, wer gewinnt, oder? Kann eh niemand Komm, lass mal hier den Baum Ich mach mit und rum Ok Machst du eine Workbench, oder? Ja, ich mach Workbench, dann kannst du gleich Nice So, Workbench steht Zack, hier ist zwei Schwerte Ich hab auch ein Schwert schon Ja, nice, easy Komm einfach da vorne, Gegner drauf Klatschen Kein Ding So, den da Der Ersten Der Ersten Der Zweiten Nice Da vorne sind noch mehr, schau hier Einfach drauf, komm Zack Kenn ich nix Den auch, den klatschen Nice, den kriegen wir auch Den kriegen wir auch Pass auf, das sind nochmal zwei Easy Ah, kein Ding Easy Okay, nice Fix ist GG No, no, Hands, Alter Hi Freunde, herzlich willkommen zur letzten Folge Waro 4 Ich treffe jetzt den letzten Spieler, der noch lebt Wir haben uns am Spawn verabredet Ich würde sagen, ich klatsche ihn easy weg Ok, Moin Bist du ready? Ok, das ist bereit, let's go Easy win Ja, GG Ich würde sagen, das war's mit Waro Tschüss Der Pechvogel Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Waro 4 Hallo Wir sind jetzt hier immer noch im Nater drin Wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir schmelzen müssen Und ähm Wir sind eigentlich nur hauptsächlich am Level fahren Ich würde sagen, ich nehme hier noch ein bisschen was mit Was? Ich bin jetzt Level 11 Ich glaube, ich brauche ungefähr Oh, nice Noch 25 Level, bis ich meine zwei Schwerter dann zusammen craften kann GG, ich bin Level 7 Ok, nice Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit Oh 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 nein Oh nein Oh Oh nein Der ist doch jetzt nicht mein Ernst Nicht schon wieder im Nater Perfekt Kann mir ein ganzes Eis damit schmelzen Huh Tschüss So Oh mein Gott Der Maulwurf Herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft Waro Ja Ich spiele heute zusammen mit Brian Moin Wir haben einen richtig guten Plan Und zwar wollen wir die erste Folge ganz easy überleben Schaffen wir Komm Schaffen wir easy oder? Ja locker Wir haben voll den Plan ausgetüftelt So unser Plan ist auf jeden Fall Wir nehmen hier einen Erdblock Bauen uns raus Und dann gehen wir gleich hier an der Seite Und bauen uns wieder nach unten Perfekt Ja wir müssen einfach nur hier in ein Loch rein Sehr schön Baum zu, Baum zu Schnell, 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 schnell Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich Okay, sehr gut Sehr gut Und jetzt? Ich hoffe uns findet keiner Lass einfach so eine Höhle machen Okay Wo keiner rein kann dann Dann sind wir sicher Ja wir sind ganz sicher Ich verliere auch kein Essen Das ist voll toll Das heißt wir können richtig lang überleben Ja wir können richtig Ich glaube wir können locker 3, 4 Folgen hier unten bleiben Weil wir einfach so viel Leben haben Weil wir einfach nicht rennen oder so Wir brauchen nix essen Oh mein Gott Oh mein Gott Er kommt immer näher Perfekt dich nicht Perfekt dich nicht Sonst hört er das So Herzlich Willkommen zu Minecraft Waru Folge 3 Wir sind immer noch hier unten Hier sind immer noch Gegner Pass auf Gott die sind uns nachgejoint Die sind uns echt nachgejoint Ich schau einmal, okay? Okay Ganz, 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 ganz Ganz gut darüber Ich mach R5 einfach Okay Oh mein Gott, oh mein Gott Mach zu, mach zu Okay, warte Hallo und herzlich Willkommen Zu Waru Folge Oh mein Gott Waru Folge Nummer 3 Ich versuch mich jetzt hier auf jeden Fall Ich hab Kohle gefunden Schau mal Oh mein Gott, bau sie ab Mit der Hand Das bringt voll viel Okay Ich baue mich jetzt auf jeden Fall In Richtung von einem Baum Ich hab gesehen da vorne ist ein Baum Herzlich Willkommen zur Waru Folge 35 Ich glaub wir haben das Finale gleich erreicht Wir sind immer noch hier unten in unserem Loch Dies ist die beste Waru Taktik ever, Freunde Leute, ihr könnt so ewig lang überleben Man kann manchmal rausgehen und dann kann man einen Schwein töten und dann kann man wieder reingehen Wenn wir auch genug Essen haben um zu überleben Den brauchen wir gar nicht Ja, wir brauchen nur ein bisschen Fleisch immer und dann gehen wir wieder rein Es ist momentan keiner auf mir selber drauf, deswegen können wir kurz rausgehen Die Trollern Hallo Leute, wir sind wieder in einer weiteren Folge Waru 4 Und wir haben ein wunderschönes Haus gebaut Und ich glaub keiner wird denken, dass da irgendwie eine Falle drin ist oder so Weil... Cool Weil es kommen noch ziemlich, ziemlich nice Videos in der Zukunft Ich hab da einiges geplant Und Leute, wenn ihr mehr 5 Arten sehen wollt Dann schreibt mir doch mal gerne Spielmodi oder Spiele in die Kommentare In denen ich mal 5 Artenvideos machen soll Dann würde ich einfach nur noch sagen Hier in der Mitte könnt ihr jetzt abonnieren Hier rechts findet ihr die Playlist von meinen ganzen 5 Artenvideos Und da auf der anderen Seite findet ihr mein letztes Video Also schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt Und ich empfehle euch diese Playlist für die 5 Artenvideos Ich hab mir da richtig viel Mühe gegeben Ja, nochmal fettes Dankeschön an BrianPlays Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt Und... Würde ich sagen Schaut die 5 Artenvideos Bis dann, tschüss! Jürgen